Ihr würdet gerne Brötchen backen, aber habt nicht so viel Lust darauf, dass ihr den Teig noch lange gehen lassen müsst, dann habe ich jetzt ein super schnelles Rezept für euch. Sehr einfach zu machen, die meisten Zutaten habt ihr wahrscheinlich eh immer im Haushalt. Also, was wir dazu brauchen ist, wir brauchen Hefe und wir brauchen Mehl und Wasser. Und zwar gebe ich jetzt in meinen Mixtopf 100 Deziliter Wasser, also 300 Gramm. Dann brauchen wir 20 Gramm Hefe und wir nehmen 500 Gramm Mehl. Und zwar geben wir 50 Gramm. Wenn man sie immer noch angenehmt, dann wird das Zeigetal herausgekommen. Und zwar geben wir 50 Gramm. Dann geben wir 50 Gramm und dann geben die 30 Gramm. Aber dann geben wir 50 Gramm. Dann brauchen wir noch ein Teelöffel Salz und ein Esslöffel, ein Esslöffel oder ein Teelöffel was zum Süßen. Ich nehme jetzt einfach mal den Reissirup, alternativ könntet ihr Ahrensirup nehmen oder auch Honig. Jetzt haben wir auch schon alle unsere Zutaten erbart, das Ganze wird jetzt 4 Minuten auf der Knetschufe einmal geknetet. So, der Teig wurde jetzt 4 Minuten lang geknetet, ich zeige euch mal wie der jetzt aussieht. Schau mal, so sieht der jetzt aus, also wunderbar geknetet. Ich habe auch schon meine Teigmatte hier ausgebreitet, werde noch ein bisschen Mehl aufgeben und kann jetzt den Teig wunderbar rausfallen lassen. Und ganz prima, der Mixtopf sieht fast ganz sauber aus. Wenn der Teig so gut rausgeht, das freut mich immer besonders, denn dann muss man auch das Messer nicht so wahnsinnig extra sauber machen. Das ist dann ganz einfach ausgespült hinterher. Ich benutze jetzt für den Teig diese Teigmatte von Pembert Chef, die ist nämlich echt schön groß und ich kann den Teig sogar erstmal kneten, indem ich das mit der Matte mache. Und jetzt knete ich ihn noch von Hand. Jetzt werde ich mir einzelne Stücke abschneiden und werde dann die einzelnen Brötchen nachformen. Ich habe jetzt aus den 500 Gramm Mehl habe ich mir jetzt 8 Brötchen erstellt. Dieses Basisrezept für die Brötchen habe ich von einer lieben Kollegin von mir, der Andrea, abhalten. Die kocht und probiert auch immer sehr viel aus, ist Taromix-Repräsentantin und ich freue mich immer, wenn jemand ein super Rezept hat und sagt, das darf ich doch gerne für ein Video nehmen. Somit werde ich euch den Link zu ihrer Webseite auch nach unten in das Video mit reinstellen. Und wer sich für die Pembert Chef Produkte interessiert, der kann sich bei mir mal melden. Ich habe einen Online-Shop. So, ich denke, diese Brötchen sind gut, sie sind einfach handgeformt, das heißt, sie sehen nicht alle gleich aus, sind auch nicht alle gleich groß. Aber ich finde, bei den selbstgemachten Brötchen muss das ja auch nicht so sein. Soll man ja sehen, dass das alles von Hand gut gemacht wurde. Und ich gebe den jetzt noch ein Muster mit und habe mich heute entschieden, dass ich diese Form vom Apfelschneider nehme und einmal überall drauf setze und dann sieht das so aus. Dann gibt das so eine schöne Rosette. Die sehen wunderbar aus. Ich werde jetzt noch ein ganz bisschen Wasser dazu nehmen. Und gebe jetzt auf jedes Brötchen ein bisschen Wasser und werde sie dann noch ein bisschen dekorieren. Mit dem Wasser kleben dann gleich auch schön meine Sesamkörner und meine Mohnkörner. Und was habe ich hier noch? Sesam, Mohn, Chiasam und Haferflocken. Das sind Mohnkörner. Dann mache ich mal zwei mit Mohn. Mohn ist immer sehr beliebt hier bei uns. Und werde die Brötchen auf meinen Stein, das ist die Stoneware von der Wirtschaft, nehmen. Denn dann werden die auch schön von unten sehr schön knusprig, die Brötchen. So. Dann nehme ich mal Sesam. Da machen auch mal zwei mit. Und falls ihr das seht, das kommt auch immer ein bisschen von meinen Körnern, fällt natürlich daneben. Dann nehme ich die Brötchen und setze es einfach nochmal auf diese Körner, die daneben gefallen sind. Und dann haben die auch von unten noch ein paar Körner. So. Dann, was haben wir da? Shiasamen. Ihr könnt natürlich x-beliebige Samen und Körner, ihr könnt auch Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne nehmen. Das ist wirklich ganz offen, was ihr nehmen wollt. So. Und dann habe ich noch ein paar Haferflocken. So sehen die auch von unten dann aus. Dann kriegen die auch ein paar Haferflocken. So, dass auf meiner Backmotte nichts zurück bleibt. So. Das war ein fettes Brötchen. Okay. Alle Brötchen sind jetzt belebt und parat. So sieht das aus. Und die gehen jetzt für 22 Minuten in den kalten Backmücken. Und zwar bei 220 Grad. Ich mache wie immer Ober-Unterhitze. 220 Grad. 22 Minuten. Und schauen wir mal, wie sie gleich aussehen. 22 Minuten und nochmal 5 Minuten sind um. Denn nach 22 Minuten waren die Brötchen ein bisschen hell. Ich habe sie einfach 5 Minuten länger noch im Ofen gelassen. Und jetzt schauen wir mal, wie sie aussehen. Sie sind noch recht warm. Aber ich schneide einfach mal eins an. Und dann schauen wir, wie sie nach innen geworden sind. Schaut mal, so sehen die jetzt von innen aus. Sehr schön weich und fluffig. Oben ein bisschen kross von der... Von... Ja, von oben ein bisschen kross. Und duften wunderbar. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das mal nachfragt. Und hinterlasst doch einen Daumen hoch. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.